Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MyFuckYou hier zum Wochenstart. Es ist Montag, nein, aber Montag hat auch positive Seiten, denn diese Folge läuft. So, und da möchte ich mit euch über Gamers sprechen, die alles umsonst haben wollen. Und es gibt zur Zeit so einen Trend auf iTunes, was Super Mario Run betrifft. Da werden super viele negative Bewertungen ausgeben, weil das Spiel teilweise Geld kostet. Darüber sprechen wir heute und viel mehr hier in diesem Video. Viel Spaß damit. Ja, Freunde, es ist ja so, der Videospielmarkt bietet verschiedene Preissegmente an. Es gibt einmal Retail Games, die man sich kaufen kann in einem Store, da geht ihr hin und bezahlt Echtgeld. Dann gibt es einmal die Möglichkeit, also Echtgeld immer. Dann geht ihr einfach zu Steam Origin und ladet euch auch einen Vollpreistitel runter. Das bezahlt ihr nur bei Paypal oder sonst was. Aber es gibt auch die Möglichkeit, Games Free-to-Play zu kriegen. Also zum Beispiel Super Mario Run und das für iOS. Das ist ein gutes Beispiel, worum es in diesem Video hier geht. Denn es ist so, Super Mario Run wurde veröffentlicht als Free-to-Play-Titel offiziell. Allerdings gibt es da einen Haken. Wer Super Mario Run richtig spielen will, also mit den ganzen Leveln, die es gibt, da benötigt ihr halt so eine Art Freischaltung. Die kostet 10 Euro. Dann bekommt ihr 24 Level und könnt dann einfach Spaß haben. Nur ist es so, es gibt einen Haken an die ganze Sache. Nicht viele haben das verstanden, weil eigentlich ist diese Free-to-Play-Version eigentlich nur wie so eine Art Demo. Und jetzt ist das Problem, alle gehen auf diese Produktseite bei iOS, suchen Super Mario Run und bewerten es mit einem Stern. Wir haben da einen Screenshot zum Beispiel. Da haben wir fünf Sterne, das ist super. Aber darunter zwei Sterne, na ja, weil das Spiel Geld kostet. Und da fängt man nicht an zu reflektieren. Denn man muss bedenken, dahinter steht ein Entwicklerstudio, welches Unmengen an Produktionskosten hat. Nehmen wir mal zum Beispiel so einen Riesentitel Battlefield 1. Das ist ja ein Vollpreistitel oder League of Legends oder sowas. Das sind alles Games, wo halt ein Riesenentwicklerstudio hintersteckt. Auch bei Super Mario Run. Und dieses Entwicklerstudio bringt immer neue Updates raus und sonst was. Aber es ist sehr, sehr interessant. Wir haben einfach mal so ein bisschen nachgeschaut, ein bisschen recherchiert. Es sind sehr, sehr wenig Menschen oder Gamer, die dafür bereit sind, überhaupt Geld zu zahlen. Die sagen, ich finde, ein Videospiel muss eigentlich gar nicht so viel kosten. Denn es hängt ja auch vom Umfang ab. Aber ich finde trotzdem interessant, dass dann Leute hingehen und wie gesagt, das einfach so negativ bewerten, aufgrund der Tatsache, dass es Geld kostet. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, da stellt man sich eben die Frage, ist das richtig so, wenn man so kommentiert? Es gibt einen Anteil von 2%, von allen Gamern, 2%, die sich bereit erklären, ein Spiel finanziell mit Mikrotransaktionen und so weiter zu nutzen. Also wenn ihr zum Beispiel League of Legends spielt, ihr spielt GTA Online, Super Mario Run oder sonst was, da könnt ihr ja anhand von Echtgeld Sachen kaufen, wie zum Beispiel neue Klamotten, irgendwelche Waffenskins oder sonst was. Und nur 2% finden diesen Schritt gut und unterstützen das. Der Rest sagt alle, nein, alles soll kostenlos sein. Und da frage ich euch, findet ihr, dass es gut, findet ihr, dass manche Spiele zu übertrieben sind? Mein persönliches Negativbeispiel ist tatsächlich Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege ist jetzt ein Jahr, also schon draußen und hat auch wirklich eine riesen Fanbase, wird immer größer. Nur das Problem bei Rainbow Six Siege ist, es gibt einen Season Pass. Da könnt ihr ein Jahr lang alle Operator und alle Level spielen und alle Maps, die kommen, ihr kriegt dann halt alles früher. Ansonsten braucht ihr 25.000 Rainbow Points, um eben eine Klasse freischalten zu können. Jetzt hat Ubisoft gedacht, wir erweitern die Entwicklung von Rainbow Six um ein weiteres Jahr und lassen einen weiteren Season Pass auf die Leute los. Das heißt, du musst nochmals jetzt bezahlen, um weitere Updates zu kriegen, um weitere DLC zu bekommen. Und das finde ich persönlich eigentlich nicht so gut. Die Politik finde ich mega schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist für mich Abzocke. Das ist meine Meinung, weil man hat ja schon einmal für einen Season Pass bezahlt. Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, ein Season Pass ist ja eine Season, also einen bestimmten Teil. Aber meiner Meinung nach ist es einfach nicht fair gegenüber des Spielers, weil er hat ja schon einmal 50 Euro oder 60 Euro für so einen Season Pass für alle Download-Contents bezahlt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Super Mario Run ist meiner Meinung nach auch hier eben das Negativbeispiel, was die Kommentare auf iOS im iTunes-Store betrifft oder im App-Store. Da ist es ja so, wirklich ein Stern wird vergeben und das Spiel wird dann runtergedrückt, obwohl die Qualität des Spiels vielleicht gar nicht so schlecht ist, sondern es wird nur runtergedrückt aufgrund der Preispolitik. Noch ein gutes Beispiel ist zum Schluss, es gibt ja die Walking Dead-Serie hier, diese Episodenteile und dort hat man sich damals beschwert, dass man pro Episode zwei Euro bezahlen musste. Das heißt, für fünf Episoden muss man Zehner bezahlen und hat dann ein vollwertiges Spiel bekommen. Ähnlich auch bei Hitman genauso. Also meiner Meinung nach komplett, ja, wie soll man sagen, vorbei an der Realität, weil man eigentlich bedenken sollte, es stehen Arbeitsplätze dahinter. Es sind Leute, die arbeiten das Vollzeit, die sind Vollzeitentwickler und die machen das mit sehr, sehr viel Leidenschaft und müssen natürlich auch gucken, dass sie wirtschaftlich alles reinholen. Die Marketingkosten von dem Spiel sind sehr, sehr hoch. Wenn man jetzt zum Beispiel Battlefield 1 hat, was das für Marketingkosten sind, ja. Naja, das wollte ich euch heute einfach nur mal ein bisschen erklären und ein bisschen näher bringen. Das heißt, wenn ihr solche Kommentare abgebt und ihr sagt, ja, okay, ich finde das nicht so cool, dass das ein bisschen mehr Geld kostet, dann überlegt es euch und reflektiert, warum das denn so sein könnte. Manchmal ist es berechtigt, wie bei Rainbow Six, aber ich freue mich auf eure Kommentare und ich wünsche euch was, lasst es mich wissen, was ihr davon haltet. Tschüss!